Wir müssen hier nicht jeden und schon gar nicht kulturfremde, verruhte Muslime willkommen heißen. Und deshalb geht Heimatverteidigung jenem Einzelnen von uns an. Und deshalb geht Heimatverteidigung. Liebe Freunde und Genossen, Ihr Besuch erfüllt uns mit tiefer Freude, die freundschaftliche Beziehungen zwischen den Völkern der Deutsch-Demokratischen Republik und der Syrischen-Arabischen Republik. Aber wir haben eine große Herausforderung. Aber wir haben eine große Herausforderung für die Menschen, dass sie sich da woher sie gehen und sie immer Angst haben, und sie denken, dass sie alles hat, und sie kommen zur Regierung, damit sie kommen. Das war so, dass sie immer wieder auf den Weg gebracht haben. Das war nur die Arbeit und die Arbeit. Die Arbeit und die Arbeit und keine Arbeit. Untertitelung des ZDF, 2020